Nochmal B-Lady, wie war's heute? Super! War's super? Ja. Was habt ihr alles gemacht? Ja, haben wir getaucht, da gab's so nicht, wie sagt man das, Cuevas. Okay. Nicht so richtig Cuevas, aber wir haben so Fische mit Ange, das Ange gesehen, diesen Flattfisch, diesen Flötenfisch. Cool. Eine Sirene, die gab's noch. Hat Spaß gemacht? Ich wollte die Sirene für dich mitbringen. Für mich? Nicht? Sie wollte nicht. Oh, Manu. Sehr gemein. Ja. Wie lange war das, eine Stunde? Eine Stunde. Ja? Ja, super. Sagenhaft. Und? Wird es dein Hobby werden, oder nicht? Doch. Wird schön? Ja. Schön. Prima.